So, einmal Book of Dead auf 40 Cent. Ich hoffe, da kommt was. Wäre natürlich mal schön, weil die letzte Zeit lief es nicht so gut. 25 Euro habe ich eingezahlt. Schön, 4 Euro gewonnen. Ah, schade. Vorbeigelaufen. Na komm. Und ein Buch wieder zu wenig. Ah, zu viele Leute da drunter. Ach ja. Und einen Euro. Hm, vielleicht mal den Münzwert anders machen. Hm, 1,20 Euro. Und? Schade. Leider nichts. Wieder eine Niete. Spiele ich mal auf 60 Cent. Vielleicht kommt dann mehr. Vielleicht wird der Mut belohnt. Wie es ja schon mal war. Oh, jetzt braucht er wieder sehr lange. Zum Überlegen. Gibt er was oder gibt er nicht? Ach, schade, schade, schade. Ach, schade, schade. Schade, 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 schade. Ich glaube, ich habe ja schon mal einen Monus. Tja, soll wohl nicht so sein. Na ja, 2 Euro. So. Ich mache nochmal Münzen runter. Mach ich nochmal auf 20 Cent. Zehn Spielchen. Schade, 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 schade. So. Na ja, das war's dann mal. Tolle Linie. Na ja. Na ja. Das war's heute mal. Das war's heute mal. Das war's heute mal. Ichinze.